Der größte Mensch, der fetteste Hamburger und die dicksten Brüste. All das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Nummer 8 Dieser Pool hat über eine Milliarde Dollar gekostet und frisst jährliche Wartungskosten von circa 4 Millionen Dollar. Und das nicht ohne Grund. Denn das hier ist der größte Swimmingpool der Welt. Und er hält nicht nur dafür den Weltrekord, sondern zählt mit 3,5 Metern auch zu den tiefsten Pools aller Zeiten. Er bedeckt eine Fläche von 7,7 Hektar und fast 250 Millionen Liter Salzwasser. Machen wir weiter mit der Nummer 7. Der größte Hamburger aller Zeiten wiegt über sage und schreibe 900 Kilogramm. Er wurde am 2. September 2012 vom Black Beer Casino Resort in Carlton, Minnesota in den USA hergestellt. Der Burger ist mit 24 Kilo Tomaten, 23 Kilo Salat, 27 Kilo Zwiebeln, 9 Kilo Essiggurken, 18 Kilo Käse und 7 Kilogramm Speck belegt. Was ein Traum! Das Gewicht dieses Hamburgers entspricht dem von 4000 Big Macs. Und weiter geht's mit der Nummer 6. Sultan Közen ist der größte lebende Mensch der Welt und ist ganze 251 Zentimeter groß. Gleichzeitig hält er auch den Rekord für die größten Hände. Die sind nämlich vom Handgelenk bis zur Spitze des Mittelfingers 28,5 Zentimeter lang. Messt das am besten mal bei euch selbst nach. Ich komme da gerade mal auf knapp über 10 Zentimeter. Übrigens Sultans Wachstum schritt bis zum Alter von 10 Jahren ganz normal voran. Dann entdeckten Ärzte einen Tumor hinter seinen Augen und diagnostizierten Riesenwuchs. Heute lebt der 32-Jährige in einer Wohnung in Ankara, die ihm zur Verfügung gestellt wurde und heiratete 2013 die syrische Frau Merve Debo. Nummer 5. Wie wir wissen, haben Menschen viele Hobbys. Das Hobby von Tony Glover ist es, Riesengemüse zu züchten. So konnte er sich auch den Weltrekord für die größte Zwiebel aller Zeiten sichern. Dieses gute Stück hier bringt wahrscheinlich eine Menge Leute zum Heulen, aber auch erstaunliche 8,5 Kilo auf die Waage. Und die Nummer 4. Der Amerikaner John Falken hat den größten Penis der Welt. Im erregten Zustand misst er 34,2 Zentimeter. Bei einer Sicherheitskontrolle an einem Flughafen wurde er sogar aufgehalten, weil die Polizei dachte, er würde unter seiner Hose eine Bombe transportieren. Und wir kommen zu Top 3. Das hier ist die größte Pizza aller Zeiten. Die Zutaten für diesen gigantischen Gaumenschmaus sind ganze 9 Tonnen Mehl, 4 Tonnen Tomatensauce, 680 Kilogramm Margarine, 250 Kilogramm Salz, 191 Kilo Pflanzenöl und 23 Kilo Balsamico-Essig. 48 Stunden haben 5 Köche an dieser Pizza gebacken. Sie ist 40 Meter breit und bedeckt eine Fläche von nahezu 1200 Quadratmetern. Die Pizza Margherita wurde auf den Namen Ottavia getauft und glutenfrei mit 9 Tonnen Mozzarella bedeckt. Mit dieser spektakulären Initiative wurde der bisherige Rekord aus Südafrika eingestellt. Damals war vom Supermarkt Norwood Pick'n'Pay die größte Pizza der Welt mit einem Durchmesser von 37,4 Metern hergestellt worden. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 2. Das größte Motorrad der Welt kann sich sehen lassen. Es ist so groß, dass man den Menschen darauf kaum noch erkennt und sechsmal größer als ein normales Motorrad und bringt dabei 5 Tonnen auf die Waage. Als das größte fahrbare Motorrad der Welt sicherte sich der Erfinder gleich noch einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Mit einer Körbchengröße von 102 ZZZ, das entspricht einem Brustumfang von 203 Zentimetern, hat die Amerikanerin Annie Hawkins-Turner die größten natürlichen Brüste der Welt. Wo sie arbeitet, fragt ihr euch natürlich im Porno-Business. Sie selbst gibt an, von Gott gesegnet zu sein und total zufrieden mit ihren Brüsten zu sein, aber die Riesenhupen haben natürlich auch viele Nachteile. So braucht sie zum Beispiel Hilfe beim Treppensteigen, da sie ihre eigenen Füße nicht mal mehr sehen kann oder kann aufgrund des Gewichts ihrer Brüste nicht mehr auf dem Rücken schlafen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen, einfach hier klicken. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschau!